Rudolf Lenz. Ja, ich bin es. Ja, wer soll ich denn sein? Er war der Star des Heimatfilms. Jetzt kannst du ihn sehen. Den bin ich. Den Edelbeißkön. Also das freut mich aber. Zu seinem 30. Todestag zeigen wir eine Woche lang seine schönsten Filme. Die Heimatfilmwoche mit Rudolf Lenz. Dankeschön, auf Wiedersehen. Vom 9. bis 16. Juli. Jeden Abend gegen 21.45 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Fernsehen mit Herz. Fernsehen mit Herz.